Ich bin hier. Ich weiß nicht, wie wir jetzt gegen die Gewäbeproben bekommen. Wie? Wir müssen ein Gehirn umbringen. Was müssen wir umbringen? Ein Gehirn. Ein Gehirn? Ja. Und ich glaube, dass es bei Blut und wieder bei der bösen Dings. Ach so, okay. Also müssen wir auf Blut und warten. Also wenn ich jetzt richtig in dem Video gesehen habe. Ja gut, ich kann ja dann auch nochmal nachgucken. Aber ich habe jetzt auch eher schnell nachgeschaut. Hier war die Spinnenform. Eislömer. Da war doch auch noch irgendein Zempel. Wo müssen wir jetzt? Die meisten Spinnen hat sich da hier schon kaputt gemacht. Ah. Ich mache schon wieder den Piller. Ach, Eis. Es ist auch doch. Warum dann? Nein. Der mit Anspringen springt wie ich das Haarbeutel. Ach so. Ja. Inсch. Ja. Ich habe den Gold in der Sinne gesehen. Ich glaube, hätten wir gewusst, dass Gold so wichtig ist, besser wäre es wie zu schwimmen. er ist das direkt oder er hat glaube ich er aber es sind ja auch ein bisschen nervig als zu holen dann so ein gar ein baum übersehen das müssen wir auch dann schüttelt das schon dass wir das abbauchen so wir müssen hier runter ja hier war das ding ja geht ja nicht so kann ich doch gar nicht platt machen ja und trotzdem muss sind immer für die dinger blatt machen die darum das ist halt jetzt offen ich habe mich wie ich hier tauchen denn da auch Das ist nur Neträufel. Lass uns doch mal näherkommen, dass ich auch drauf hauen kann. Es ist das мне Leben eingesackt. Na du willst drauf schlagen. Denkst du es ist so schlau oder jetzt drauf zu springen? Wo können wir denn da nicht drauf springen? Ja, weil wir da nicht durchkommen. Jetzt kann man. Wir brauchen einen Schlüssel. Was für einen Schlüssel? Hey, bei was bin ich tot? Feuer nicht gelöscht. Hä? Das ist heiß. Wir brauchen eine andere Schule. Wir brauchen eine andere Schule. Es regnet, es regnet. Die Erde wird nass. Ich schätze mal. Ich glaube, wir brauchen was anderes noch. Ja, ich schätze mal die Schuhe, auf denen wir die Seelen noch brauchen. Ja. Wir jetzt eigentlich bis zum Vollmond. Ich weiß noch nicht, wann das kommt. Ja, das ist glaube ich immer random. Ja, das ist glaube ich immer random. Ja. 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 Und wie? Hm? Und wann? Wie? Ja. 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 Ich hab keine Ahnung Glück. Und dann spummt so ein riesiges Gehirn und dann, ja. Ja, das wird es halt kühlen. Okay. Ich muss mich halt mal bei Gott beschweren gehen. Keine Ahnung, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis wir den nächsten Blutmund bekommen. Kann ich mir gut vorstellen. Und was machst du da? Ich gehe mich beim Gott beschweren wegen Regen. Darf ich mitkommen? Ich muss hochkommen. Da kommt ein glanz Schleim hoch. Ein Fingrin kommt nicht mit. Wie weit muss man denn hoch, ist halt die Frage jetzt schon wieder. Keine Ahnung. Und ich weiß ja nicht, was von dem Monster da rumhängt. Pass auf, hinter uns. Ich hau, ich wollte einen Stein jetzt auf den Hauen. Warum kommen denn hier alle hochgeklettert? Haben die kein Leben? Der eine hat einen Regenschirm, können wir uns zudecken. Ich habe auch einen Regenschirm gefunden. Aber das gibt es sicher, dieses Ding in der Luft. Wie soll es ein Megaschwert geben? Die Frage, wo? Boah, das war jetzt knapp, ey. Hä? Warum springen wir so hoch? Sind wir schon schweren los? Ja, kann sein. Guck mal, ja, ich glaube schon. Sonst wärst du dir jetzt sicher runtergefallen, wo er sich angegriffen hat. Okay, wir sind im Weltraum. Ich kümmere mich um die Viecher-Gruppe aus. Holt das Teamwork, oder? Was denn? Guck aus, ich kümmere mich um die scheiß Viecher. Ich kümmere mich um die Hände. Oh, hier kommt heute das Vieh. Äh, vielleicht, ähm, ja, okay. Alter, Schwede. Kommt noch mehr. ich glaube wir sind schon ich glaube nicht mehr weit kommt noch mehr ja ich glaube echt nicht mehr weit haben wir nacht kann das sein wollen wir runter ich geh auch erstmal runter wir haben auch einen tag aber wir müssen weiter bauen kann sein dass man auch wieder an der nähe sind ich kann man daraus auch was machen der falle von euch oder irgendeinem fehler rüstung machen uns ein spiel ist doch alles möglich wo ist vielleicht zu weit gesprungen einfach ja wie soll man bauen ich weiß ja nicht wie weit hoch das noch geht ich wollte jetzt hat man nicht mehr hoch bauen ich wollte einfach nur eine wegfläche bauen die kommen mich alle von da drüben ich werde hier gerade in der luft ein bisschen rum das ist mal ein bisschen gehettet hier soll man dir mal ein bisschen hilfe geben ich werde das ist was krass ich werde das ist was krass ich werde das ist was krass aber das wäre doch kein schlechter Titel wir werden geflügelt oder wir werden geflügelt wir werden geflügelt bei dem wir werden geflügelt machen die bekämen die 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 das die 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 Hast du mich sie abzuwehren? Wie viele Steine hast du noch? die aber ich lebe noch das sieht gerade aber lustig aus und dann so Ja, die kommen von oben. Aber oben ist hier Ende. Die sind ganz oben schon. Die sind schon ganz oben. Ja, dann müssen wir uns hier irgendwo langbauen. Ja, aber die verschwinden immer oben. Oder ich kann einfach noch nicht so... Das hast du gut gemacht. Ich komme irgendwie immer auf den Trank manchmal. Blöd. Hättest du auch eine Pfeilaktion machen können. Habe ich doch. Oh, schon wieder ein Gold durch die Viecher. Oh, da kommt noch eins. Was hast du denn da gemacht? Ich werde nach oben bauen. Hier, du mal hier drüber und baue mal weiter geradeaus. Und ich schaue, ob ich jetzt noch ein Stück hochkomme. Da ist noch eine Feta. Da kann man die nicht aufheben. Doch. Na, das ist Ende. Okay. Oder man kann das jetzt mit der großen Map. Da muss ja was sein, wenn solche Fische hier oben sind. Aber die kommen jetzt gerade von da unten. Und ich schaue. Und ich schaue schon wieder. Und ich schaue. Und ich schaue den. Aber da ist nichts mehr. Aber da muss irgendwas sein. Oh, hier ist voll der Schneesturm. Ja, eigentlich schon. Was ist voll der Schneesturm? Oder ist der Schneesturm? doch wir haben nacht haben wir ich habe den Nachwuchs bekommen, Eislöwe ok ok, kannst du oben wieder abbauen was? kannst du oben abbauen, wenn da echt nix ist nee, ich brauche jetzt hier weiter also ich glaube wir haben ein paar Vögel böse gemacht ich merke es ich glaube wir müssen da nochmal hoch da ist schon noch ein Weg ich den nächsten Absiegler mache ok, man kann mit den Federn trinken machen und irgendetwas Geruch, dass man dann fliegen kann was kann man mit Chicken und Nuggets machen? gar nix gut dann wir können mir nichts zu sagen, wir waren schon mal in Weltraum hm? wir können mir nichts zu sagen, wir waren in Weltraum wir haben aber Erfolg, weil wir am höchsten Punkt waren ja oder ist es auf der anderen Seite? ja, dann bauen wir auf die andere Seite ne ich hab was gefunden, ich hab was gefunden echt? ja ernsthaft jetzt? ja ganz 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 zieht es echt so aus ich hab nur voll bombardiert hier von den Viechern? ja ich hab was gefunden ich bin gespannt was du gefunden hast was ist denn das wie ich jetzt von mir aha ach man wie geht's weg hier ich bin beider baum ich hab wieder ein totes gibt's nicht aber da ist jeden fall was ja wasserfälle ja da war noch mehr muss ja weiter gehen ja ich warte mal auf dich warte würde ich aber heilen brauche ich immer so langsam nach unten ich habe hier oben auch ein Lager vorher auch platziert schlafe ich schlafe geht schneller naja ich wollte es nur sagen oder die kommen nur weil nacht ist dass die zu viel kommen können wir bitte unseren Spawnpunkt nach oben versetzen schlafen ich bin froh dass ich das Bec gefunden habe ich bin froh dass ich das Bec gefunden habe ich bin jetzt wieder ermordet worden oh dann auch noch mal ich bin froh das ein ich bin froh das ich bin froh das